und damit willkommen zurück zur nächsten folge von episode 2 also quasi folge 2 von episode 2 von season 2 von life is strange na gut ist es nicht diesen zwei hey was ist das für eine maske wir sind gerade von der schule verwiesen worden und werden jetzt hier von skip hinaus begleitet und es ist eigentlich ein trauriger moment und er ist am sauf uns weil wir die musik nicht mochten vermutlich so sorry und da ist david erst mal lesen ich will den anfang hört mal auf immer runter zu scrollen ihr deppern ich will den anfang lesen blah made it into my house without the either of my parents sweet you were born to be a spy jumping out of trains and shit oh man we made such a great team no enemy viewfinder would ever be saved from you again haha meanwhile you're deep undercover as a passed out person lol today was unforgettable some of it sucked yeah das war das noch in der Nacht 1.15 Uhr you know what doesn't suck? what? you? oh sabermatisch. you also don't suck? i know. you should probably sleep. go well's tomorrow morning. yeah my fault. worth it. well's blows. that meeting hella sucked. you're hella weird. you are. seriously. it's okay. yesterday was worth it. ähm. das ist jetzt alles. ahja. das ist jetzt alles hier. ab well's blows ist es nach dem meeting. okay. ich frage mich aber wir hätten nicht rausgeschmissen werden können. ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. ich weiß noch wie diese spiele aufgebaut sind. aber das sehen wir nicht trotzdem. drugs are free here. man. why didn't anyone tell me before? oh mein gott. der witz hat ja schon bald. max would have loved this shit. because of a generous grant from the prescott foundation blackwell will be offering several new courses next fall designed to nurture the artistic gifts of its students. art 101 visual concepts. art 102 intro to composition. art 103 intro to ceramics. art 201 intermediate photoshop. und dann hier. art 301 photography. das ist doch die beste beste stunde für max. special thanks to carolyn prescott. alles klar. äh ich kann schneller rennen. ja. das weiß ich doch schon. spiel. das musst du dir nicht sagen. kann ich abhauen? oh. sie knickt schon so weinerlich. ja. wir gehen. wir gehen sofort zu deiner mutter. aber er ist. schauen wir uns noch ein bissl um. oh. ich denke die stunden für die tempest. oh. aber ich möchte ja rachel eigentlich das stück nicht vermasseln. naja. oh. wir sind beide doof. ganz von beiden gefällt mir. naja. dann nehmen wir halt alle. wunderschön. hast du gut gemacht chlory. cigarette butts? aber wer rachel? keine mehr extracurriculare aktivitäten. keine mehr kurriculare aktivitäten. oh. der vortex club. den kenn ich nur sehr gut. jeder stadt sollte einen vortex club haben. fire safety. i guess this fire is no joke. still can't believe rachel started it. ok. hey elliot. elliot and i have gone to school together since we were in kindergarten. until today. hey elliot. what brings chloe price to school on a saturday morning. nothing good i bet. und warum ist er hier? warte, wirklich? holy shit. ich weiß. ich bin überrascht, dass es auch so lange dauert. willst du einen hug? ähm. ich hab schon eine Frau für hugs. let's not make a big deal out of this. oh. sorry. right. yeah. was rachel amber involved? yeah. and let me guess. did she get off scott free? well. yeah. but she tried to cover for me. uh huh. anyway. what are you doing here? i figured i'd see the tempest anyway. i was going to text you actually. i got two tickets in case you changed your mind. oh. thanks. i guess. yeah. so you in? might help you take your mind off things. also. ich will eigentlich nicht zum tempest mit dir. es tut mir leid mein freund. aber. nein. aber andererseits kann man dann sich rachel anschauen. also. aber dann bin ich da mit dir um rachel abzuschauen. eh. 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 schwere entscheidung. eh. ich glaube lieber nehm. eh. ah. rachel sehen oder mit elnit gehen? rachel sehen oder mit elnit gehen? nah. still a no. sorry. oh. that's cool. maybe we can hang out instead? nah. i think i'll just chill at home. i better go. so. my mom is waiting to stick her a tack mustache on me. her boyfriend. eh. don't worry about it. see you around elliot. yeah. later. sorry my dude. aber warum warst du jetzt hier? woher wusstest du dass wir hier sind? warst du jetzt nur hier um uns zu fragen ob wir zum tempest gehen, oder? someone's trying a bit too hard with those bumper stickers. feline fester? what? my other vehicle is trauma. huah. 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 es ist äh victoria jasley. so die alle für nummernschilder. t sawyer. ld byron. jim stark. what? moped. äh ich meine moped. that one is my homeboy. i guess i will miss one thing about this place. 3.14. that's not pie. just close. welles. welles's car. crushing spirits must pay pretty well. aha. das ist tatsächlich ein sehr schönes nummernschild für principal wells. und welches auto ist das hier? holden? what? holden c? ist das eine Anspielung auf irgendwas? wenn die auch verstehst du nicht. oh birdie. okay. okay. yeah. bye. the latest blackwell purr. haha. what the hell chloe. you're out of your mind. at least i'll have plenty of free time to take up skateboarding again. if i feel like it. good. bring us hinter uns. it's about damn time. david please. yeah please. mom is clearly fighting to hide her disappointment. which of course. just makes this worse. chloe. your mother and i have been talking. can we do this later? i don't think i can handle another fight right now. and who do you expect to handle things for you? your mother? i don't need a conversation. not with sergeant asshat here. i just need some space. do not use that language with your mother. or what? or what david? what will you do? you do not want to test me. maybe if you try listening to me. instead of fighting me about everything. you might actually learn a thing or two. what? like how to have no job? or how to be a soldier? soldiers put family and future above self and now. getting kicked out of school? that's what losers do. you had a scholarship chloe. do you know what that means? what kind of opportunity you gave up? do you want to work at the diner? there's nothing wrong with waiting tables mom. chloe i'm proud to wait tables because it means you can be whatever you want to be. but what is that chloe? what do you want? maybe... i don't know yet. maybe you've had long enough to figure it out. right now what i need most of all is for the two of you to start getting along. chloe i care about joyce very much. i'm willing to forgive you for the... incident yesterday. if you improve your attitude going forward. incident? what incident? chloe was incredibly out of line. she insulted me. swore at me. oh yeah, that was awesome. but... with an apology... i'm willing to start over. eh... damit meine mutter nicht zauer auf mich ist. sure. reset button pressed. i am glad to hear it. from now on... i will be assisting your mother in a few areas. like making sure that you are no longer... abusing drugs or alcohol. mom. chloe. i'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. what the fuck? if we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. if you're not, you should be eager for the chance to prove it. mom. i don't need more discipline from you. i need my mom. i know, chloe. and i'm sorry. but david feels... joys. we... we... we feel... this is the best way to start fresh. let's go, chloe. quit stalling. okay. you want to see my shit so badly? okay. you want to see my shit so badly? nd how did i get that again? it's a picture of bongo. oh god there's a lot of stuff in your pocket. so. Oh, hab mir gar nicht angesehen. Oh, hab mir gar nicht angesehen. No. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ich weiß nicht, die Antworten sind so vage, dass ich gar nicht weiß, wo sie damit nach hin will. Da kann sie doch alles hinten dranhängen. Also, was soll's. Ich weiß, dass ich mich verletzt habe. Ich bin ein verletzt. Ich bin ein verletzt. Ich bin verletzt. Du bist verletzt? Du selbst selbst nicht wissen, was du schlägst. Ich habe dich verletzt, obwohl ich dich brauchte. Und du brauchst mich. Und ich weiß das. Aber das ist nicht die Antwort. Es ist die einzige Antwort, die ich habe, Chloe. In ein Millionen Jahren, ich habe nie gedacht, dass du David wählst über mich. Ich bin verletzt, dass ich das für mich verletzt habe. Ich bin nicht jemanden über jemanden. Es geht um die drei von uns zu haben, ein Haus zusammen. Es wird besser als du denkst, Chloe. Als alles gut läuft, du sehen kannst, wie ein Stable Haus ist. Eigentlich bin ich näher zum Junkyard und Rachel treffen. Tantrum ist über.